Guten Abend und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Werden Erik und Paul einen Weg an dem Monster vorbeifinden? Das hören wir nun in Folge 44. Ich wünsche dir viel Freude mit der Folge Die Monsterfalle. Erik und Paul rennen hinter dem Monster den Hang hoch. Der Hang endet an einem Waldrand. Da müssen wir hin, ruft Erik und sieht zu Paul, der plötzlich neben ihm rennt. Ein Abenteuer, ein echtes Abenteuer, auch wenn es nur ein Traum ist. Erik grinst, nickt Paul zu und hätte dabei fast das Monster vergessen, das nun hinter Hoppel her ist. Hoppel flitzt durch das Gras auf einen riesigen Apfelbaum zu. Oh je, das Monster ist fast bei Hoppel. Sein Schatten fällt auf Hoppel, der nun Schlangenlinien läuft, um es abzulenken. Doch es ist zu spät. Das Monster holt mit seinem Huf aus, um ihn auf den kleinen Hoppel zu schlagen. Monsterlein, ruft plötzlich eine Stimme von unten. Monsterlein, du Dummilein, du bist dumm und ich bin klein. Das Monster verdreht die riesigen Augen. Monsterlein, du Dummilein, fängst mich nicht, wo soll ich sein? Hinter dir. Das Monster dreht sich um und lauscht. Hier unten. Barney sitzt im Gras und streckt dem Monster die Zunge raus. Fang mich doch, du Monsterlein. Monsterlein. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Das Monster setzt sich in Bewegung, holt mit dem Huf aus und schleudert ihn auf Barney. Barney duckt sich im hohen Gras, tapst ein paar Schritte zur Seite und ist nicht mehr zu sehen. Der Huf kracht neben Barney auf den Boden. Hinter dir. Hier, ruft plötzlich eine andere Stimme. Hoppel ist ganz in der Nähe des Baumes und springt aus dem Gras. Hier bin ich, hier bin ich. Das Monster schießt herum und trampelt auf Hoppel zu. Der flitzt unter die Baumkrone und wartet. Das Ungeheuer rennt auf den Apfelbaum zu. Die riesigen Äpfel ziehen die Zweige nach unten, so schwer sind sie. Jetzt, ruft Hoppel. Donnert eine Bärenstimme hinter dem Baumstamm. Der Baum schwingt und jetzt wackelt die gesamte Baumkrone. Mehr, mehr, ruft Hoppel, als das Monster unter den Zweigen durchrennt. Schau, es ist Bruno hinter dem Baumstamm. Er rüttelt mit seiner ganzen Kraft am Baum. Auch das Monster bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es bleibt unter der Baumkrone stehen und zieht nach oben. Zu spät. Ein Apfel fällt auf den Kopf des Monsters. Jetzt donnern hunderte Äpfel auf den Kopf des Monsters. Das Monster verdreht die Augen, schwankt und fällt um wie ein Baumstamm. Haben die Freunde das Monster besiegt? Das hörst du in Folge 45. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst. und nächste Woche wieder dabei bist. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig